Ich freue mich darauf, dass sich eigentlich mein Büro durch die Professur erweitert. Also irgendwie sehe ich es als Möglichkeit, als Freiraum, Dinge zu tun dort oder auch selber zu lernen, die wir hier nicht machen können. Unser Büro ist natürlich sehr stark eingebunden in kommerzielle Projekte und das mag ich, aber es ist natürlich immer ein gewisser Rahmen, der auch dann manche Sachen nicht zulässt. Und die Professur ist für mich sozusagen diese Vorstellung, dass sich eigentlich das, was wir hier tun, noch mal erweitern kann. Ich glaube, die Klasse wird hauptsächlich aus vielen Einzelgesprächen bestehen. Aus regelmäßigen, kollektiven Besprechungen, wo es darum geht, gewisse Themen, die relevant sind für das, worum es geht, nämlich Design, zu besprechen. Aber auch natürlich eigene Arbeiten, also Arbeiten der Studierenden vorzustellen. Ich glaube, ich kann sozusagen sehr viel mitbringen aus Erfahrung und gleichzeitig muss die Klasse ganz offen sein. Und ich bin natürlich sozusagen ein bisschen der Steuermann, der das so navigiert in Reaktion auf das, was von den Studenten in die Klasse hineingetragen wird. Darum geht es ja sozusagen vorränglich. Ja, meine Praxis hieß bis vor zwei Jahren noch Industrial Design, Konstantin Götzsch Industrial Design. Das hat mich also über viele Jahre begleitet und war sehr bewusst gesetzt, ich wollte für die Industrie arbeiten. Also das tun wir auch heute noch in der Mehrheit der Projekte. Das ist nicht reine Dienstleistung, sondern hat auch eine gewisse Autorenschaft. Wir arbeiten mit Industrie im Sinne kleinerer Industrieunternehmen, für die wir Produkte entwickeln. Das passiert dann natürlich, geht es um Gestaltung, es geht um die Entwicklung gewisser Funktionen, es geht auch um die Entwicklung von etwas, was hergestellt werden muss. Das sind drei Aspekte, die Teil dieser Praxis sind und mich auch interessieren. Und gleichzeitig würde ich sagen, hat sich die Rolle des Designers in so einem Kontext in den letzten Jahren auch durchaus verändert. Also heutzutage sind wir viel stärker sogar in strategische Entscheidungen der Unternehmen eingebunden. Also wo wir nicht nur ein Briefing bekommen, eine Aufgabenstellung und die dann erfüllen, sondern wir sind eigentlich mit den meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, auch sehr langfristig, sind wir sehr eng verbunden. Das heißt, wir sind in die Prozesse sehr, sehr früh einbezogen und können diese Prozesse mitgestalten. Das ist auch eine Form von Design-Denken. Und wir schreiben oder definieren die Briefings neuer Projekte eigentlich zum Größteil selber inzwischen. Seit zwei Jahren nenne ich mich nicht mehr ausschließlich Industrial Design, sondern nur noch Design. Und das hat den Grund, weil schon in den letzten wahrscheinlich zehn Jahren sich so eine zweite Säule hier im Büro entwickelt hat, die mir wichtig ist, die auch viel Spaß macht. Und es ist Ausstellungsgestaltung, also wo wir als Designer Ausstellungen gestalten, die Szenografie. Was mich daran interessiert, ist zum einen der andere Maßstab. Also es geht um den architektonischeren Maßstab. Es geht meistens um ephemere Installationen, also auch wenn sie drei Monate dauern, werden sie danach abgebaut. Es geht aber auch um natürlich bei Ausstellungsgestaltung darum, dass man sich als Gestalter sehr stark mit entsprechenden Inhalten, um die es geht, in der Ausstellung auseinandersetzt, anderen Positionen. Und das ist etwas, was ich sehr mag, weil es uns hier im Büro als Team in Themen, in bestimmte Bereiche bringt, mit denen wir sonst kaum Berührung hätten. Also inzwischen nennt sich mein Büro einfach Designbüro. Ich erwarte von den Studierenden Lust auf das Studium und Enthusiasmus, Interesse. Natürlich auch die Offenheit, die ganz wesentlich ist für Studierende, die meistens ja jung sind und sozusagen jetzt so das Studium ist der Anfang von etwas, was die auch machen wollen, weiterführen wollen. Ich erwarte auch einen gewissen Fleiß, ganz schlimmes Wort, aber ich glaube, es geht auch darum, das meiste aus dieser Zeit an der Hochschule zu machen. Das ist nicht nur harte Arbeit und Fleiß, das weiß ich, da geht es auch um ganz viel anderes, um soziale Kontakte, um Ausprobieren, Orientierung. Und natürlich sozusagen die Offenheit dafür wünsche ich mir auch. Und möglichst viel Input, also ich glaube, eine Hochschule wie die HfBK ist ein Ort, an dem nicht wir als Professoren, als Lehrende den Studierenden irgendwas servieren auf dem Tablett, sondern wo eigentlich der Input eher von den Studierenden selbst kommt und wir als Professoren sind diejenigen, die eine Hilfestellung geben können, den Dialog ermöglichen darüber, was ist das, wo könnte das hinführen, wie könnte man das noch weiterdenken, sogar auch Praxiserfahrung mitbringen. Ja, also ich glaube, ich erwarte von den Studierenden, dass der Ort der Hochschule ein wichtiger Ort für sie wird. Und das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, weil als ich Student war, war jeder Tag an der Hochschule so der wichtigste, beste Tag. Da wollte man sein, weil da sind die Freunde, die Kollegen, da passiert irgendwas, von dem man lernt. Und ich glaube, das muss ich versuchen, in der Klasse auch zu etablieren, dass also die Klasse an sich schon so ein Ort ist und dann natürlich erweitert die Fakultät, die ganze Hochschule. Und daraus leitet sich dann diese Lust und Energie und Kreativität ab, glaube ich, alleine, wenn man sich mit diesem Ort identifiziert und das so annimmt als die Zeit und der Platz, an dem man in dem Moment genau richtig ist.